Er war so ein Mann, das ist sexy, fordernd. Alles, was ich mir immer gewünscht hatte. Er hat mich in die Taille genommen, wie er auch andere um die Taille nimmt. Das ist schon so seine Art. Was? Lilium lernt im Stadtbällchen eine junge Frau kennen, Julia, und sie verlieben sich natürlich schlagartig ineinander. Ich hab mal eine geliebte gehabt. Ich werde dir mal erzählen, wie das mit der war. Er arbeitet nicht, und darum schlägt er dich. Weil ihm das kränkt. Man merkt, dass das Paar in eine Beziehung abrutscht, die eher von Düsterkeit, von psychischer und physischer Gewalt geprägt ist, aus der sich beide nicht befreien können. Lasst ihn laufen! Da hab ich jetzt einer reingehauen! Schau mir ins Auge! Bereust du es? Gar nichts tut mir leid. Ich bin universell und was leid. Uf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017